ich mach mal hier ein bisschen so etwas tauchen ich tauch mal ein bisschen unter haben wir hier ein bisschen Platz ist hier kein Zombie gerade, weil hier kann man echt gut bauen ja super, ich bin infiziert ja super infiziert? bist du jetzt auch ein Zombie? so warte solange hier kein Zombie kommt na das Gras weg ich muss erst mal gucken, ob ich hier etwas zum anziehen bekraften kann wenn man gerade so ein bisschen den Platz fragen was ist das eigentlich hier? ach, Holz gibt es davon, ach so, okay wie praktisch so, warte mal so, ähm so, verbrannter Beutel und es regnet bauen ein paar Rahmen mal eben ich hier mal ein bisschen Hölz holen jo ich baue ein paar Holzrahmen gerade mal so oh man wo ist denn mein Rucksack? ach du maa, oh nein ich muss jetzt in den deutschen verbraten Wald laufen und dann wieder, ähm, ja, sieben Stunden schwimmen verdammt na, wieso hä, wieso bauen wir denn deinen? dann sollst du deinen bauen so, so ja, gut's Nächtele, dann schlaf gut jo ich hab's geahnt ich darf ruhig das ganze Stück wieder schwimmen nee, oder? ich bin dem Sporenpunkt doch gibt's doch nicht boah, das wird so, das wird so teuer das Haus warte, ich werf dir ja gleich, wo der Hölz hin na hier hast du da 800 noch was? yeah geil ich hol noch mehr Hölz na, nimm das noch ne komm, ich 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 warum baust du keine Rucksack oder warum hast du keine Rucksack gebaut? guck mal was ich in der Hand hab was hast du denn in der Hand? wo ist denn die her? ja, dann bist du jetzt offiziell unser Beschützer, ne? weiß ja Bescheid, ne? wir bauen das Haus ja ich bin der Chef der die Waffe hat, ist Chef genau, der die Waffe hat, ist Chef also los beschütz uns nee, die hab ich von so'n so'n dicken Polizisten hab ich die geklaut vom dicken Polizisten hast du was gegen Dicke? weißt du, das reicht von der Größe her, ja? vom Rand, ja, ne? du schmeißt ja irgendwas auf den Boden was alter, wie das alter, wie das aussieht als ob du grad irgendwie ein Ei verfolgst oder sowas ach menschliche Scheiße warte mal ich will mal was ausprobieren bleib mal stehen als soll ich Scheiße ins Gesicht werfen so ah, dann ist doch nicht wahr, ne? ich bohre immer an derselben Stelle ich muss noch ein paar was, jetzt nimmt er mir die ganzen Dings weg ich glaub's ja wohl ist ja wohl die Höhe kümmer dich mal um Nahrung da kannst du doch auf die Jagd gehen so Klangkastbar besorgt Holz du besorgt Nahrung ja ja, wenn ich in der Nacht ankomme muss ich mal gucken, was ich mach ja, wir bauen hier grad unser unser Lager auf du wirst ja dann ja, ja, ich seh's ja im Stream alter, es wird so teuer das wird sowas von überteuert mit dem Holz das ist wir brauchen so viel Holz und so viel Eisen Alter, ich hab nur neun Eisen wir brauchen unbedingt Eisen dann gleich Prost zusammen ja, wir haben Italien rausgeworfen ja, SV-Fan zum Wohle Stüsschen soll ich ne saugute Eisenspitzhacke rausgehauen, ich deb die liegt hier nimmer rum willkommen zum Live-Let's Play von Seven Days to Die es aussieht, alter nackter Pankau mit der Spitzhacke da irgendwo drauf rum es sieht so es sieht so es sieht so komisch aus alter mach dich mal nützlich ist eigentlich mit so einer Werkbank kann man eigentlich so ne Werkbank auch craften war hat's teilweise heute der hat heute ne Werkbank gefunden aber man kann ja immer nur viele Gegenstände irgendwie craften da muss man immer ein paar Sekunden warten alter pack ein rot rothaariger Punkhalter mit nem pinken Top das ist so alter das ist so das lässt mich eher verstört zurück das ist so merkwürdig alles was sollst du in deiner Hand voll den Putzlappen möchtest du schon die Wohnung putzen diese Stoffhütze ja genau ich kann auch mal die Bude putzen ja du kannst wenn du möchtest kannst du schon mal anfangen die die wenn du Holz hast ähm die Hölzer ausbauen nein ich will keinen Fähigkeitspunkt vergeben ich will gerade mal hier äh okay weil dann baue ich jetzt erstmal ein paar Rahmen Warteschlang ist voll kommt mir vor wie beim Arbeitsamt sie müssen warten bitte stellen sie ihn eine Reihe an du weißt auch dass du äh mit dem Pfeiltasten sagen kannst ähm so und so viel Rahmen möchte ich bauen auf einen Schlag echt? ja warte äh du kannst doch dein komplettes Inventar vollknallen also wenn du sagen wir mal tausend tausend Holz hast kannst du dann mit diesem Pfeil mit dem Strich vorne dran kannst du dann gleich auswählen dass dein kompletter Holzverrat ach so aufgebraucht wird mit diesen Dingern ja ach so warte mal dann soll er mal mach du mal hier so warte mal 26 ja mach mal 26 fertigen so ach deswegen und ich dachte mal dann kannst du dir eigentlich auch runterziehen in deinen in deinen Wechselgübersag jetzt mal füchter die da hinzu ja ja sehe ich gerade schon genau uah huch so Fenster brauchen wir ja nicht ne ist ja Quatsch Fenster ist ja total übertrieben wer braucht das heutzutage schon alter das ist so teuer warum machst du eigentlich so eine riesen Hülle ja warum nicht wir brauchen noch Platz für unsere Schlafsäcke ich möchte nicht neben euch liegen ihr furzt immer da möchte ich aber einen eigenen Bereich du willst einen eigenen Bereich ja ja da müssen wir nochmal da müssen wir nochmal abstimmen da müssen wir nochmal also wie viele Böcke hast du da hier 1 2 ach nee denk dran wir brauchen nachher noch Eisen damit wir es verstärken können weil sonst ist sonst ist doof also ich hab bestimmt gleich schon wieder 1000 Holz ok guck mal wo ich hier bin alter Elfe uah oh Gott wo bin ich denn hier alter dieses Nachladen manchmal ne da muss man Angst haben dass irgendwo irgendwo runterfällt ja arbeitet meine kleinen Schweinchen arbeitet meine kleinen Schweinchen arbeitet wie das aussieht wie ihr den Hammer am schwingen seid so kann ich nochmal hier eben warte mal was war das denn willst du mich alter willst du mich alter ich schreck mich doch nicht so ich kriege einen halben Herz Kasper hier ey so warte du stehst du stehst du stehst du stehst im aua aua alter sag mal lass das du stehst im Weg so jetzt geh ich erstmal wieder schwimmen denkt dran ihr könnt die zweimal äh upgraden ne die Holzwände ne und danach kommt Eisenverstärkung scheiße jetzt bin die runtergefallen nein fuck ich hätte gerne auch ne Stufe da drauf warte mal ich muss mal eben ein bitte den Block der hier steht bitte nicht äh bitte nicht äh fettig machen ja der da auf dem Boden steht ist nur meine provisorische Leiter ach so die da steht oh scheiße da kommt Zombies oh 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 du kannst doch als Zwischenwand benutzen oder naja kommen echt Zombies ja scheiße du hast die Flinte tu was ja stimmt gute Idee fuck was denn hier hä wieso bin ich denn hier durchgefallen ach so denk dran du musst ja nachher irgendwie wieder runterkommen ne ja runterkommen ist nicht so ist nicht so schlimm glaube ich ja ohne Bein zu brechen ach so ja stimmt da war was ich brauche aber gleich Holz wie gesagt ich habe jetzt bestimmt Thor sind Holz oder so aber ich bin ja noch Kilometer weit weg so warte ich glaube es war es ne ja ja ich brauche Holz ich muss auch gleich Holz holen ich brauche noch ein bisschen ein bisschen Holz verdammt scheiße aber es wird es wird muss ich sagen es wird so ich werde mir jetzt erstmal die die Hütte markieren auf der Karte das werde ich jetzt erstmal machen so Karte mach doch den Schlafsack ja der muss ich craften gleich warte mal erstmal will ich mir jetzt hier äh Wegpunkt speichern und dann mache ich mir erstmal Häuslein Symbol dann weiß ich aha da ist die Hütte so und dann werde ich mir erstmal einen Schlafsack craften Prozent bei Grundlagen ich habe zwei Schlafsäcke dann ist es eigentlich relativ wo ist wo ich dann Sporne oder kann ich mir das dann aussuchen ne immer zum letzten auch Pflanzenfasern fehlt mir gibt's doch hier genug so ich setze mal meinen Schlafsack hier hin so und zack also der andere Schlafsack verschwindet dann ach so ok oh Gott wo gibt's denn hier Holz ah hier also ich hab Holz massig ja ich muss nur ankommen ich muss nur 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 so lalalalala ein bisschen Medizin wäre auch cool wenn ich das mal finden könnte so gutes Holz ist immer gut na ob man den Baum ob man den Baum auch upgraden kann Boah Holz ist aber auch so Dings ne du brauchst so viel Holz das ist unfassbar ich weiß nicht wie viel Holz hab ich jetzt ja fast 2000 Holz boah was ok schnell weg aber das ist echt schnell weg weil wenn du upgradest und so das Haus ja das ist ja glaube ich pro upgrade immer 10 Holz ja pro Block wobei den großen Holzrahmen ideal sind ja wird das schon teuer ah ich hab keine Ausdauer mehr scheiße und ich hab Durst fuck jetzt seh ich das erstmal äh rettet den Regenwald so aus trinken gluck 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 lass guck lass jucken Kumpel und los so Mist ich hab keine doch hab ich noch was erzähl ich denn da ich hab noch ne Steinaxt oder ne Stein ja Steinaxt Kumpel Kumpel Untertitelung des ZDF, 2020